sooo du 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 was brauchst du eigentlich jetzt für ein holz Schwarzfichtenholz ich guck mal, ob ich es finde machen für das weiten holz hast du denn noch fichten bretter vielleicht kann ich besorgen das wäre weniger das problem das wäre ein guter ich wollte die deckung halt noch einbauen ich habe es ja noch ein bisschen mehr die berg sind das braucht ja nicht so viel jetzt muss ich noch mal reisen das ist noch eine groß größeren bäume da hat man wenigstens davon was man hier stehen ich bin immer noch voll ich bin immer noch voll ich freue mich auf ich bin immer noch die verdammt und auch und die die ich So, komischen Baumwolldinger, ich brauche ja gleich ganz viele Betten, wenn du noch weißt, was ich vorhat. Ah ja, da habe ich keine Karten, okay, aber wie so schnell, was, wollte ich drücken, da sind die, wir haben nur noch 15 Karten, also. So, habe ich hier reingelegt, brauchst du noch mehr oder reicht das erstmal so? Jetzt habe ich es mal, jetzt habe ich es falsch gebaut. Das habe ich falsch gebaut, das habe ich mich noch nie getraut. Oh nein, ich habe hier mit Karten gebraucht, oh fuck. Jetzt will ich die ganze Scheiße wieder neu machen. Ich habe vergessen, wie ich die Axt anwende, damit ich mir auch die Karten da... Ja. Das ist ne Scheiße. Das sagt man auch nicht. Doch, das ist ne Scheiße, das darf ich ruhig sagen. Ich darf mich ruhig ärgern, weil ich die ganze tolle Arbeit, die ich geleistet habe, wieder neu machen darf. Und ich weiß gar nicht, warum ich da Karten da nehmach hab, weil... Das weiß ich auch nicht. Das ist nicht wahr, oder? Das ist nicht wahr, oder? Wir haben zwei Karten jetzt ein, oder? Das ist nicht wahr, oder? Denn eigentlich ist, warum kann ich das so abwenden. Das ist nicht allein. Weil ich ever doof bin, deswegen wahrscheinlich. Jetzt müsste das eigentlich wieder gut sein, dass ich jetzt ausgebessert ohne Karten war. Na total dämlich, ja. Bei ihm! Entschuldigung. Manchmal weiß ich nicht, was bei meinem Dummes hier so denkt. Das Alk. Du Du. Winterwunderland. Hat es in der Hand. Ein Winterwunderland. Ich kann das nicht mehr sehen. ... ... ... Ich hab's doch das. Du! Nein, ich muss mal aufhören. Ich muss mal aufhören, ich muss mal aufhören. Ich muss mal aufhören, ich muss mal aufhören. Wird schon wieder dunkel? Oh ja. Ich lieg. Ja, ich krieg das nicht mit, weil ich bin ja am bauen. Also, wie ist das nicht so wahr? Jo. Na ja, das schiede ich mir dann eben jetzt. Du, 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 du. Also manchmal bin ich nicht aus der Wand. Ich tue es nicht, dass du weh. Nicht in die Wand fahren. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Bis zum nächsten Mal. Ja, das gefällt mir so nicht. Au. Aue, schreckt ihr Bowie. Die Bühne sind zu saue, die Äpfel sind zu süß. Und morgen, ja morgen gibt's Gemüß. Bis zum nächsten Mal. Ah, klopfte. Gerade nicht so, wie ich mir gerade vorgestellt hatte. Aber alles gut. Wird schon. Das wird schon werden. Ich habe eine Hülle gefunden. Super. Ich habe mal eine Fackel dran gelangen. Ich habe mal eine Hülle gefunden. Das war die gute Fee. Ich weiß nicht. Bin ich nicht eine gute Fee? Nein. Ich hatte falsch gelandet. Wo bin ich jetzt gelandet? Moment, liebe Freunde. Du bist nicht meine gute Fee. Schwarzer Bullschirm. Dann würde ich jetzt anfangen zu weinen. Danke, habe ich jetzt auch verstanden. Das war's. Ich brauche noch einen Kleiderschrank. Ich habe jetzt wahrscheinlich keinen Farbstoff drin. Also brauchst du deinen hellen grünen Farbstoff? Nein, normalen grün. Das habe ich jetzt nicht. Sonst muss ich echt gleich noch reißen. Ich habe hier gar keine Farbe mehr. Okay, ich muss doch reißen. Oh nein. Oh, oh. Was? Ich glaube, ich habe das Schild abgerissen versehentlich. Yo, shit. Habe ich jetzt einen Stift dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, komm. Ich mache mir mal eben einen. Ich cheate mir mal eben einen. Ja, bitte. Weil ich wollte hier noch wieder zurückkommen. Reisen. Wie hieß denn das nochmal? Winterwunderland 2018. Ja, Reisen. Winterwunderland hieß das. Boah, bist du dämlich. Wie die Mottis. Signs, okay. Ich nenne es einfach nur Winterwunderland jetzt. Ja, ja. Winterwunderland. So. Dürfte jetzt wieder gehen. Jo. Bin nämlich zum Nita-Portal. Ich hoffe, ich habe noch genug Farbe. Im ganzen Reisen geht mir schon. Das Essen war fast aus. Ja, ich habe noch genug. Ja, sonst schmeiß ich mir nachher nochmal meinen Maker an. Ich bin der Maker. Reicht ja erstmal. Und dann geht's. Ich habe noch sehr viel Farbe, deswegen weiß ich nicht. Ich habe noch einen Schiff, aber ich habe noch einen Schiff, ich habe noch einen Schiff. Wurrt! Was ist ein Fuhet? Was ist ein Fuhet? Erstmal ein Kliffchen. Achso, ich hab gar keinen Durst. Oh, es ist dunkel. Oh, es ist dunkel. Oh, es ist dunkel. Ich suche gerade. So. Ah, da. So. Oh, es ist dunkel. Oh, es ist dunkel. So. 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 Ich krieg da noch einen Schrank rein. Du kriegst da einen fetten. Ja, einen fetten Schrank. So. 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 ich würde sagen wir verabschieden uns jetzt eigentlich gleich mal ja und machen wir nächstes mal weiter wir sind ja auch ein bisschen in überlänge schon habe ich auch noch so viel gecheatet heute winter wunderland so hier sind wir damit haben wir hier auch unsere staatsbahn und häuschen für unsere rentiere fertig so dass santa mehr oder weniger fast los kann also fast fertig das würde ich hier gerne mal abtragen in ruhe vielleicht das kann man auf der nächsten folge machen auf vielen dank